Ja, wir melden uns gerade aus dem Klammwerk Headquarters, in denen gerade die Tetris-Keksformen angekommen sind. Wunderschön sind die Dinger. Also, ich bin fasziniert. Ja, gestern gab es eine absolute Invasion im Neuland, im Internet, haben mehr als 111 Menschen die Klammwerk-Seite geliked. Und wir haben ja gesagt, wir wollen das belohnen und deswegen tun wir das jetzt auch. Du hast hochgradigen Schnaufen, vor allem weil die Leute dich nur von hinten sehen. Ich finde dich vor allem viel charmanter mit vier Augen. So, um euch zu zeigen, dass wir ein absolut richtiges, korrektes Losverfahren haben, arbeiten wir für Aufschmitte, Transparenz. Mit... Ja, mit lauter Namen drin. Und ich schenke diesen nun, bevor die Champion-Glücksee namens Max eure Namen herausziehen wird. Und entscheiden wird, wer zweimal ein Eintritt kommt. Nein, nicht wer zweimal noch. Ja, stimmt. Ja. So, das wäre einmal die Raffaela Granos. Okay. Ich hoffe, mein Name ist richtig ausgesprochen worden. Wir finden dich aber auf jeden Fall. Ich kenne die charmante junge Dame. Bin froh, dass sie die Seite geliebt hat und die Luchs, die sie für sie entschieden hat. So, und der Christoph Kutter. Gut. Wir gratulieren euch. Ihr könnt einfach mit einem Freund zusammen zur Party kommen. Ich stehe auf der Gästeliste plus eins. Genau. Bekommt wahrscheinlich sogar ein paar extra Tetris-Kekse und ganz viele andere Kekse und können wie alle anderen von den Specials profitieren. Und wir arbeiten dann jetzt mal weiter, damit das eine ziemlich coole Party wird. Genau. Bis bald.